Ich bin Dylan Meister von F20 und bin in der Ausbildung zum Automobilmechatroniker bei der Emil Frey in Zürich. Ich glaube, wir haben einen sehr grossen Standort und vertreten sicher mehr Marken als gewisse andere Emil Frey Standorte und haben darum ein sehr versiertes Team und versierte Mechatroniker. Und auch ein versiertes Wissen durch das, was einem sicher im momentanen und späteren Jobleben von Vorteil ist. Ich habe mich für diesen Beruf entschieden, weil ich gemerkt habe, dass ich sehr viel Gefallen an praktischer oder handwerklicher Arbeit empfinde. Plus haben wir da natürlich trotzdem die Kombination zu der Hirnarbeit, also dass man trotzdem noch ein bisschen denken muss und eigentlich das miteinander verbinden kann. Und sehr viel Problem Solving ist, bei Diagnosen zum Beispiel, wo man dann die Ursache für ein Problem finden muss. Und das haben wir natürlich sehr oft, vor allem bei modernen Fahrzeugen, wo sehr, sehr viele elektrische Systemverbote sind. Ich mache meine Lehre hier, weil ich sehr herzlich willkommen geheissen wurde, als ich hier bei Go schnuppere. Also ich habe sehr, sehr schnell nach meiner Bewerbung eigentlich einen Schnuppertermin bekommen und habe mich super mit allem verstanden, als ich hier gearbeitet habe, habe mich sehr wohl gefühlt, sehr familiär auch. Und habe nachher sehr schnell auch dann das Lehrvertragsgespräch gehabt und auch relativ schnell meinen Vertrag hinuntergeschrieben. Darum ist es eigentlich so etwas wie meine erste und letzte A-Doc-Stelle gewesen, was das anbelangt, ja. Aber die Jahresweise war sie schon sehr, ganz weggenommen, sie haben ja auch schon von dem, was das das blieb King gewaltt. Und da haben wir das unsere Vor-Motor werden. Und da haben wir das woher gehört. Und da haben wir das woher gehören. Und da haben wir das woher geht. Und da haben wir das woher, woher geht es dann auch mal.